So, jetzt werden wir, da bin ich mir sicher, schon mal so ein bisschen K.O. Runden atmosphärisch schnuppern, denn jetzt wird die Halle zum ersten Mal so richtig wach, denn der Hahn, der hier alle wach kräht, das ist die heimische Auswahl, das ist die Mühlenkasuswahl, die in diesem Moment anstößt gegen Eintracht Frankfurt. Da sehen wir es, Publikum ist da, Publikum hat Lust auf die nächste Sensation nach gestern, im 3 zu 0, im ersten FC Nürnberg, im ersten Spiel hier 0 zu 0 gegen Wolfsburg, gegen Gladbach, gut verkauft und spät mit 0 zu 2 verloren und dann das besagte 3 zu 0 gegen die Franken, Frankfurt startet ja mit einem 1 zu 7. Gegen Schalke 0 zu 4, 2 zu 0 Sieg dann gegen Werner Bremen und gegen die starken Berliner setzt es da nochmal ein 1 zu 3. Ja, aber Müller, der bei einem Anfeuer noch die Zeit hat, ein paar Autogramme zu geben, fanfreundlich wie immer, die größte Maus im Mühlenkreis. Und die Klatschpappen sind hier zu hören, das ist hier richtig Atmosphäre, da sehen wir es auch, wunderbar eingefangen. Hier ist der Schussversuch. So, dann haben wir die beiden Mindener Verantwortlichen für die Mühlenkreis, das war Heinz Zwingmann, die ja fast schon Freeway-Cup-Legende seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten dabei. Und rechts daneben war Bernd-Uwe Humbracht, ja, der Zwingmann ersetzen wir, Zwingmann jetzt noch dabei, um seine Erfahrungen auch ein Stück weit weiterzugeben. Für Lübeck, ja, Daniel Bönker dabei, er steht immer rechts neben dem Tor, um da einfach noch ein paar taktische Anweisungen noch geben zu können. So werden die Mühles quasi von links und von rechts gecoacht. So, Schussversuch, knapp daneben. Und Mühle-Keeper Kilian Rische, er ja im dritten Spiel gestern zum ersten Mal dabei, vorher Tor im Habel und dann Kilian Rische. Fakt ist, ein Torwartproblem haben die Mühles auf keinen Fall. Beide Keeper machten einen starken Eindruck. Ich glaube, es kommt ein bisschen rüber. Es ist schon mehr Atmosphäre als gestern, das muss man so sagen. Aber die Halle noch etwas verhalten, auch bei den Spielen der Mühlenkreis-Auswahl. Und jetzt sehen und hören wir doch einige Klatschpappen hier. So, Wechsel bei den Mühles. Spielaufbau aus der 2-2-Formation heraus. Jetzt setzen sie auch Rische als fliegende Torwart ein. Ja, abschliegt. Und trifft! Torwartor! Und da geht's doch ab! Die Luzi! Da sehen wir's! Kilian Rische, 1-0 für die Mühlenkreis-Auswahl. Jetzt anschnallen, fertig machen. Roms, genau da muss er rein! Und abgedreht zum Jubel. Wunderbare Bilder. Müller kann jubeln und schreiben gleichzeitig. Multitaskingfähig, diese Maus. Also nächste Führung für die Auswahl. An sich die Idee ist, sehr mutig und sehr gut. Mit dem fliegenden Torhüter, mit drei Spielern in der Spitze bei den Mühles. Einfach zeigen, wir wollen mitspielen, wir wollen Aktivität zeigen. Und genau das wurde gestern belohnt und genau das wurde auch jetzt wieder belohnt. Freistoß für die Frankfurt. Die haben bei Finn Otto mit der Nummer 4 Nationalspieler gerade in La Manga unterwegs gewesen. Ja, die feiern an. Und das ist ja egal. Hannover 96, Bielefeld, Dortmund, Bayern. Wenn die Mühli spielen, klatschen sie alle. Siebeneinhalb Minuten noch auf der Uhr. Die Mühles haben, das muss man sich einmal vorstellen. In der Live-Tabelle sieben Punkte. Sieben. Ein unglaubliches Zwischenergebnis. Apropos Zwischenergebnis. Die können Sie abrufen. Gerade jetzt zum Ende der Vorrunde wird das natürlich immer spannender. www.freerrecup.de Unser Live-Score. Alle Tabellenstände. Alle Ergebnisse. Top-Torjäger. Alles abzulesen im Live-Score. Alle Informationen, die sie brauchen. Auf der Homepage. Das war ein Ballverlust. Der Ball unter die Latte. Da haben sie das nötige Quäntchenglück. Wunderbar. Darian, wo so schien, war noch mal im Nachfassen. Abschlussversuch hier unter die Latte von Yannis Vassilou. Frank Kurz, Nummer drei. Diese Duelle, die müssen sie gewinnen. Jawohl. Gut gedoppelt. Idris Azimi geholfen. Der, der am letzten Jahr schon dabei war. Klärungsversuch. Mit der Hacke gegen den Nationalspieler. Azimi. Jetzt aber die Möglichkeit. Nein, da hätte er es fast selber machen können. Missverständnis. Zwischen den beiden. Zwischen Azimi und Dilma Oma. Schussversuch. Aber auch den hat Kylian Richel. Ach, schade. Mitnahme hier. Geht ins Aus. Jetzt wieder Finn Otto, der Nationalspieler. Verliert den Zweikampf. Bekommt keinen Freistoß. Wenn man jetzt sagt, Schiedsrichter Steffa hat Ball gespielt. So nicht aufregen, sondern weitermachen. Das ist wichtig. Da haben wir alle keine Zeit zu. Auf diese Diskussion dürfen sie gar nicht erst einlassen. Immer weiter spielen. Immer alles verteidigen. Mit größtmöglicher Leidenschaft. So, jetzt die große Möglichkeit. Wenn er den gut verarbeitet kriegt und dann dauert es. Das ist so das, was wir gestern noch schon gesehen haben. Es dauert halt im Abschluss ab und zu im Vergleich zu den Profiteams natürlich länger. Die Handlungsschnelligkeit gerade im Abschluss Situation zu erkennen, ist da nicht ganz so da. Das ist so einer der größten Unterschiede. Da haben wir noch ein paar Trainingsanzüge. Das Eilinghausen-Werste gesehen. Eilinghausen-Werste hier mit dem größten Block an Mühligspielern. Die B-Jugend ja in der Landesliga. So seit dem Abschiedskampf. Elfter Platz. Zehn Spiele. Sechs Punkte. Da ist wieder Kilian Rische. Der das hier momentan fast im Alleingang macht. Indem er vorne trifft und hinten den Kasten sauber hält. Bis hierhin. So, Ball quergelegt. Wieder ein Fuß dazwischen. Ganz wichtig, dass Frankfurt auch nicht in einen Rhythmus kommt. Wieder gut verteidigt. Sie müssen aktiv bleiben. Jawohl. Jetzt die große Chance. Klassiker Matazimi. Gut verladen. Und dann der Ball. Etwas weiter nach außen. Aber alles gut. Auch hier kein Foulspiel. Sagt Schäffer. Rische wieder mit der Fußabwehr. Wichtige Rettungstart. Ball geklärt. Jetzt müssen sie es fighten. Sie müssen aktiv bleiben. Sie werden ein bisschen passiv gegen den Ball. Klar ist das anstrengend. Aber es lohnt sich, Jungs. Sie dürfen sich nicht zurückziehen. Sie dürfen nicht. Bleiben. Gut Rische. Ja, sie sind zu passiv. Sie betteln. Sie betteln gerade drum. Wichtig wäre jetzt, dass sie an den Ball kommen, um wechseln zu können. Das wäre jetzt ganz wichtig. Sie wirken platt. Und die Halle. Die muss helfen. So, drauf, vor, vor. Jawohl. Immer wieder dazwischen. Wieder Druck drauf. Und dann, oh, wieder Rische. Der hier mal wieder rettet. So, jetzt müsste eigentlich der Wechsel kommen. So, richtig. Richtige Entscheidung. Boah. Da bin ich bei Heinz Zwingmann. Ja, Schäfer und Zwingmann diskutieren gerade. Das war ein bisschen hart. Ich glaube, da hätte man durchaus weiterlaufen lassen können. Er hat die Vier-Sekunden-Regel gepfiffen. Deiner Meinung nach hat der Keeper den Ball länger als vier Sekunden in den Händen gehabt. Wenn ich das beamtenmäßig lösen will, ist das gerade passiert. Also, das war hart. Also, das war hart. Das war brutal hart. Vor jetzt. Klasse Rische. Alles gut gegangen. Thema abhaken. Drei Minuten knapp. Es liegt die nächste Sensation in der Luft. So, jetzt mit frischen Beinen. Wieder aktiv sein. Jawohl. Und genau das ist wichtig. Forsch attackieren. Schussversuch. Dieser Blockwechsel, der war unglaublich wichtig jetzt. Wieder der Versuch. Der Ball ist im Tor. Was war denn das für eine Bogenlampe? Sie können es kaum fassen. Er kann es kaum fassen. Da weiß man gerade selber nicht, wie das passiert ist. 2-0. Mühlenkreis das war. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Irgend so ein krummes Ding. Wir konnten jetzt durch die Leibchen noch nicht ganz erkennen, wer das war. Ist das irre? Ist das irre? Wir gehen doch hier nicht mit sieben Punkten aus der Vorrunde. Aber sie sind auch gut eingestellt. Sie sind offensiv besser als im Feuer. Deutlich besser. Sie haben Abläufe, sie haben Strukturen. Sie kriegen es gut verteidigt im 1 gegen 1 Defensiv. Sie haben eine klasse Laufleistung. Immer wieder gehen sie hinter den Ball. Ja, und er kann nicht zufrieden sein. Anuah. Und er guckt das sehr, sehr skeptisch. Ich werde mit dem Verdenken. Schussversuch. Wieder Kiel-Einricher. Alles im Griff. Alles im Griff. Der Keeper. Dem Mühlenkreis aus Wahl. Aktiv bei Heidigenhausen. Wer ist das? So, und jetzt wird jeder Ball geklärt, als wäre es der Letzte. Weißt du, wie die Frankfurter... Torstürze eben. Zum 2-0 war übrigens Luke Rinne. Das wollen wir hier mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir gehen die letzten 30 Sekunden hin. Und wieder! Kilian Rische. Also das Spiel hier, das kann er sich mal einrahmen und übers Bett hängen. Da! Was für ein Safe! Also diese Szenen müssen ihm irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Irre. Ist das irre. So, Halle ist da. Halle ist wach. Widererische. Wir haben noch 20 Sekunden auf der Uhr. Die Mülis sind auf dem Weg zur absoluten Traumvorrunde. Nächster Schussversuch. Frankfurt jetzt mit dem fünften Feldspieler am Tor. Um da nochmal richtig Dampf zu machen. Aber das wird nichts. Das wird nichts. Die Mülis werden diese Partie gewinnen. Es stellt sich noch die Frage, wie hoch. Ball nochmal geklärt. Das Ding ist aus. Die Mühlenkreis-Auswahl gewinnt mit 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Und schließt die Vorrunde mit sensationellen 7 Punkten ab. Da haben wir Heinz Zwingmann, Humbracht. Mit dem Jubel. Was für Bilder. Was für ein Abschluss der Vorrunde. Wir gehen ab in die Highlights.